Boah! Das ist so weich, ne? Sonst hat man ja immer so Stoppeln. Der hat das auf Null gemacht. Das ist ganz auf Null. Da könnte man ständig wummeln. Und auf Null heißt? Ja, keine Haare mehr, Null. Du hast alles tätowiert. Ach so. Zero, Darling. Alles auf Zero. Live komplett. Hier oben Null. Da wird gleich genullt noch. Das ist man nicht. Für mich ist es nicht nur, wenn ich Gäste empfange, sondern grundsätzlich sehr wichtig, dass alles perfekt ist. Und deshalb habe ich den Bart, den ganzen Kopf mit permanent Make-up machen lassen. Dann kann man das auch auf Null rasieren. Und es sieht immer noch aus, als wären da Haare. Und so perfekt kriegt man es eigentlich halt überhaupt nie hin, wenn die Haare wachsen. Also das war ein ganz guter, ganz cleverer Schachzug.